ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Geht's gut Was denn hier? Musst du euch hier abschießen? Nee, nee, noch nicht. Ähm... Aber hier ist so'n Vetter, ist so'n Vetter NAAAH! Ja, nehm' mich mit! Nimm' mich mit! kannst du da hin? NAAAH! Ich kann nicht! Hab' mich weggeram Ich bin drin! Ja, bin drin! V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V... Oh, warte, ich mach' jetzt hier einfach mal Luftschlöcken Warte, bleibt mal stehen Stanzzündende Fette Oh, da kommen ja auch noch welche Da bin ich ausgestiegen Ach, das Auto brennt Renn, renn, renn Ja, ich kann nicht, ich bin weggebracht Fuck, ich bin in seinem Nein, da kommt einer, dass ich mich so schön ist, dann hat Fuck it Oh, oh, Achtung Oh, oh, what the fuck Scheiße Alter, what the fuck Na, run, run Jawohl, die Polizisten helfen uns Ja, die schießen nur die anderen Bandmitglieder, weiterhelfen sie uns Ich bin gerade rückwärts aus dem Auto Ich bin gleich tot Ich mach halt, hey, werfer Nein, ich bin tot, ja, 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 nein, komm, 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 komm Alter, ich bin voll gespürt Ich bin tot Ich würde sagen, hier mit Ben Das ist bitte, 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 bevor wir noch mehr fehlen Bevor wir noch mehr fehlen Ich hol mir einfach noch schnell mein Bargeld ab Abanko ist der Zettel leer, ok Radio Ich will noch ganz kurz zum Friendly Fire fahren, ok? Damit ich in der nächsten Aufnahme wieder Damit ich nicht so denke, oh Gott, dann müssen wir gleich wieder zum Friendly Fire Ja Moffucker Wer das gerade gesagt? Hast du das gesagt? Hast du das gesagt? Ja Sag mal Ähm, hast du schon den Anfang von EGT aufmacht geguckt? Nein, noch nicht Alter, das Reiten da wird so oft mega löse Glaub mir, ey Eigentlich kannst du die voll echt wegsnacken, aber der muss einfach nur in meinen Headshot verteilen Ich hab gerade irgendwie 3-4 Leute weggesnackt Warte mal, ich probier mal kurz Waffen verbessern Geht schneller und tragt mehr Munition, zeig ich den, ne den vorkommen Erstmal alte Leute wegsnacken Oh, da kommt Vitoll Na, aber es will der Vitoll von mir Ja, mag der ich nicht Wollen wir kurz sammeln, brauchen wir einen Vitoll Ja, ja, nein Oh, lol Ich fliege gerade auch einen Vitoll über uns Alter, so einen Heli So einen Heli-Ding und sammeln es, oder? Ja, ein Vitoll ist so ein Heli-Ding Nein, 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 das ist kein Vitoll, sondern wirklich so ein Heli-Ding Ja, ganz vergessen, wie lange hast du noch? Ich meine, wie viel Zeit Ja, das schaffst du nicht mehr Ja, Junge, bist du unten bist bei mir Ja, genau, siebzig Meter sind wir, Alter Ich bin tot Ja, stell dir mir auch vor Ich glaube, ich geh jetzt kurz nach Hause Und, äh Ja, ich war gerade auch zu Hause Ach so Was glaubst du, wäre echt in den Vitoll? Ich gehe noch kurz kurz zum Friendly Fire da hinten Run Run Time for your exercise Sack, zack, zack Oh, ich dachte, du spiel Geisel nochmal Ich hab deine Geisel-Sandung bezahlt Okay Okay, ich hab's zu schnell, oder? Gewaschen-Statteinnahmen Lasst mich in Ruhe, ich will ja weg Oh, super Justice! Äh, Justice ist auch nicht schlecht Ich bin auch gerade bei einer Hause zu fahren Fliegst du? Nein, ich fahre hier gerade mit einer Geisel Was wär da, wie toll? Ach, du bist drauf gegangen Ja, ich bin in einer Häuser-Spalte geflogen Ah Ich fahre hier gerade mit einer Geisel Power-Slide habe ich gerade ein paar Sekunden geschaut Ich bin schon fast dran 24 23 23 und äh, 99 Prozent Not Aaaaaaauw! Nein! Aaaaaaah! Weiß und ist hinter dir hab ich niedergestreckt Alter, der alte Opa hat grad seine alte Oma durch die Gegend geschmissen Oh fuck, das brennt Oh, meine Schulter tut weh Ja Ich will in dieser Aufnahme noch Level 24 schaffen Ich will in dieser Aufnahme noch nicht in dieser Aufnahme Hi Aber irgendwie kommt keiner mehr Ich glaub ich jetzt auch mal für mich Warum? Ich hol mir einen Vital Oh, der Vital ist er viel lustiger Ja, aber ich find ja voll cool, damit kann ich nicht so schweben und keiner kann mehr was tun Ich hab n' Stack Kill Ah, da kommt n' Stack-Auto Also auch n' Vito Ja, mach mal bitte n' Vito Warte helfen mir ganz kurz Ja, ich werde auch gerade angegriffen Hast du Vito erledigt? Sneaky Aktion Ich muss Eiche Ja, Level Up Was gibt's hier für Verbesserung? Wandenfähigkeiten Begleiter, Hubschrauber Du findest den Hubschrauber begleitet im Telefonnummer Er liefert dir einen Hubschrauber zum Kampf Kostet 18.000, mach ich Hallo, what the fuck What the, what the, what the fuck What the fuck What the fuck Fahrzeuglieferung Fahrzeuglieferung Wo ist jetzt mein Ah, Lucian da oben Wo ist mein Typ der mir meinen Fahrzeug liefert? Ah, hier Hubschrauber Er ist grad besetzt Bist du? Mach da hin Ich bin ja ein bisschen krank Ich bin ja bei den Hubschrauber Ich bin ja bei den Hubschrauber Ich bin ja bei den Hubschrauber Der Hubschrauber ist besetzt Der Hubschrauber ist besetzt Ich guck das mir jetzt von unten an Alter, ich kann grad irgendwie nichts machen Alter, lass den Scheiß an Alter, 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 Alter Ach man, lass doch mal, lass mal einen für mich, okay? Das ist doch gar nicht zum drauf schießen Doch, Raketenwerfer Hui Jan is flying Oh warte, das ist meiner Ja, what the fuck Äh, äh, äh Nein, das ist da Ich helfe doch nicht Leider, bleib doch nicht Uuuuuh Ja, ich sterb gleich Nein! Alter, oh, das muss ich verscheiden zu sein Ja, ich oder wie Ich rase schon Ja, ich jetzt oder wie Bin nicht jetzt bescheuert, nur weil hier ein Panzer kommen Zwei Stackwagen Und Und Ja, Junge Ich hab noch 900 Meter und hab noch 10 Sekunden Ich fliege gerade runter Alter, wie die da die anderen überfahren, alle Ich hab jetzt auch einen wie toll Ich hab jetzt auch einen wie toll Ja, aufkommen, lass ich weiter fahren Alalalalala 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 Okay, hier sagen wir, wenn das jetzt Wir haben genug Scheiße gemacht Oh ja, das stimmt Also, Leute Bis zum nächsten Folgen Und Aufnahme, vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020